Was schreiben wir eigentlich? Geschrieben von Wilfried Liebe am 7. Februar 2017. Katzenjammer oder Gartenzwerg? Sprache denken. Was schreiben wir eigentlich? Die Poesie ist eine Frau, eine Frau, die geliebt werden will. Für ihr Lächeln, ihre Üppigkeit. Sie kauft sich beinahe täglich neue bunte Kleider, um besser auszusehen und nicht langweilig zu werden. Sie trägt die höchsten Absätze von allen. Solange sie nicht stolpert, kann sie von oben auf alle herunterblicken. Solange sie nicht stolpert. Sie wird zur Hure. Der Geschäftsmann kauft sie sich. Der Bewunderer wendet sich bezahlbaren Dingen zu. Dem Teller Suppe, dem Kräuterlikör. Und nachts ein schlichtes warmes Bett mit Dach über dem Kopf. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.